Wie Yoga machen Überlegst du, Yoga zu üben, dann stellst du dir die Frage, ja, wie kann ich Yoga lernen, wie kann ich Yoga machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am empfehlenswertesten ist, einen Yoga-Kurs zu besuchen. Zuerst nimm eine Probestunde, die meistens kostenlos ist. Dort kannst du feststellen, ob dieses Yoga-Center oder Fitnessstudio oder diese Yoga-Schule ein Yoga unterrichtet, den du gerne machst und der dir liegt. Eine weitere Möglichkeit wäre, geh in ein Yoga-Vidya-Ashram-Seminarhaus und da gibt es Yoga-Meditation-Einführungswochenenden oder auch Yoga-Ferienwochen und da wirst du sehr intensiv und sehr gründlich ins Yoga eingeführt. Ich wohne zum Beispiel in einem Yoga-Vidya-Ashram in Bad Meinberg, Teutoburger Wald zwischen Paderborn und Bielefeld und dort kannst du an jedem Wochenende ein Yoga- und Meditation-Einführungsseminar besuchen oder ab jedem Sonntag gibt es ein fünftägiges Yoga-Ferien-Seminar und dort lernst du Yoga sehr gut. Also wie Yoga machen, verbinde Urlaub oder ein freies Wochenende damit. Oder mache erst mal irgendwo eine kostenlose Probestunde mit oder besuche gleich einen Yoga-Anfängerkurs. In einem Yoga-Anfängerkurs lernst du Yoga systematisch, da sein Yoga eine Yoga-Lehrerin, er oder sie wird schauen, was für dich besonders geeignet ist. Wie Yoga machen? Das geht auch mit Yoga-Buch, mit Yoga-DVD, CD, MP3 oder Internet-Video. Sicherlich besonders einfach und kostenlos ist es mit Internet-Videos Yoga zu machen und auf unseren Internetseiten findest du zum Beispiel einen 10-wöchigen Yoga-Anfängerkurs. Dort gibt es für jede Woche ein Kursvideo, wo du über Theorie einiges hörst, wo einiges über die Wirkungen von Yoga gesprochen wird und wo die Übungen sehr genau erläutert werden. Und dann gibt es jeweils ein kurzes Praxisvideo, 5 bis 15 Minuten und ein längeres Praxisvideo, 20 bis 60 Minuten und dort kannst du mit üben. Und das ist eine einfache Weise, wie du Yoga machen kannst. Zwar gilt, dass es am besten ist, im Yoga-Kurs oder im Yoga-Seminar Yoga zu lernen, aber zum Ausprobieren oder auch um überhaupt Yoga machen zu können, kannst du es auch zu Hause machen. Und wenn du mit dieser Yoga-Vidya-Videoreihe üben willst, dann geh einfach auf www.yoga-vidya.de. Dort ist ein Suchfeld, gib dort ein Yoga-Anfängerkurs-Video und dann kommst du zu diesem Videokurs. Oder lade dir die Yoga-Vidya-App runter im iTunes Store oder im Google Play Store for Android. Und in der Yoga-Vidya-App hast du kostenlos Zugriff auf hunderte von Yoga-Videos, auch Audio-Anleitungen. Und du findest auch die Adressen von Yoga-Lehrern, Yoga-Schulen und Yoga-Zentren und Yoga-Vidya-Ashrams. Ja, alles Gute und das Wichtigste ist, fang einfach an, probiere es aus. Du wirst feststellen, Yoga ist etwas Großartiges.